gut ich probiere es einfach noch mal mit let's play fallout 3 irgendeine folge ich probiere wir sind hier im ms air force base und müssen in den zugangsterminal finden um die rampe blabla muss da oben sein licht darf ich leider keins an machen weil sonst kackt es noch schneller ab luftkontroll turm kack au wei und jetzt muss ich das ding hacken oder muss ich da was hacken arbeitörfunkbox was ist die gut doch der schießt das haben wir schon oder wow toll kann ich da nichts sonst ooo auch geh mussten wir den erst schießen lassen oder oder das muss ich hier unter beschuss das terminal geh mal hin und schieß ihn mal ab komm Junge muss ich den erst wieder hinschieben kann der den nicht abschießen oh jetzt steht er dann von meinem PC ich bin aber noch gesund ist die Katze gesund, freut sich der Hund na gut das wäre schön wenn nach dem Speichern wieder was da drin wäre gut, jetzt muss ich das Ding hacken oder? ach, das muss ich noch aktivieren oh, toll äh, genau was ist mit dem anderen Kack nicht verfügbar nicht verfügbar, da müssen wir nur das machen, oder? mhm die mobile Plattform, der Enklave oh, toll betreten gut, dann können wir da raus und gehen wir schnell wieder in Deckung und speichern und jetzt müssen wir da runter wahrscheinlich raus aus dem Haus wo ist der Käse? oh, oh schau, da hinten wird geschossen oh, und da muss ich hin, oder? oh Gott äh oh oh warte das schauen wir uns jetzt nochmal neu an das ist die Plattform da auf der Raupen, auf dem Raupenfahrwerk da haben die die Saturn V Rakete zum Startplatz gefahren normalerweise aber nicht auf der Air Force Base sondern auf der NASA Base Jungs da habt ihr was verwechselt oh, jetzt wissen wir aber noch da da ist da drin noch was schau mal da kann man reinschauen da ist bestimmt was Schickes drin da ist bestimmt was Schickes oh, schau oh Munitions oh gut, na gut Plasma Mine äh, bla na gut äh äh oh da hinten sind noch Feinde oh oh gut langsam hm schau da hinten wird wild rücken geballert oh weia da muss ich aber hin oh oh warte kurze Pause äh hm schau oh wei jetzt gehen wir mal oh da ist ein Gegner ah versteckung Kollege kommt gleich oh ging aber schnell Speicherung ohne meinen Kollegen würde ich das gar nicht schaffen aber das ist wie gesagt kein Cheat sondern der ist standard oh da gibt es Zeug standardmäßig bei mir oh verstecken oh 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 der schau der Arme das macht ihm aber gar nichts oder der haut die weg Wahnsinn schau ha das ist ihm aber immer noch zu wenig schau das das liebe ich so an ihm der ist hart im nehmen der steckt was weg der Junge schau oh Gott kann ich mich wieder fünf naja gut Speicherung Speicher Speicher da drin ist da drin schick gesagt oh 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 alles her alles au kack warte im Moment müssen wir ja speichern aha jetzt auf mit dem Kasten 60% na das schaffe ich oder kling au her mit dem Käse speichern da gibt es schick Käse Impulsgranaten das brauche ich doch gar nicht Plasma will kein Schwein Kollege hoffentlich kommt er jetzt wieder raus ja gut sehr gut der bleibt manchmal gerne irgendwo stehen da muss ich ihn wieder rausschieben echt wahr im vorigen Video siehst du das ja äh oh schau das ist das Fahrwerk au oh von der schon wieder gewonnen das geht aber schnell schau das ist das Ketten da wird die Saturn 5 Rakete äh zur Stadt Dings hingefahren schau Waren sind schon her oder auch diese diese ähm weißt du schon diese Schaufel riesigen Bagger die da im Kohlewerk Tagebau arbeiten die haben auch so riesige äh Fahrwerke Höllenfeuer ich habe ja jetzt die Höllenfeuer Rüstung der Enklave an hier meine Svetlana schau die schauen tatsächlich so warte die Fahrwerke schau die schauen tauen jetzt werde ich noch ganz nervös hier schauen tatsächlich so aus Wahnsinn toll schau ich stell mich jetzt rein ne wenn so ein Ding losrumpelt äh da kannst aber mal ja kannst aber mal da kannst nix mehr hoch ist er um ne wow schicke Sache schau was wir alles erleben hier schau es doch wann äh wo muss ich denn hin oh aha mobiler Stützpunkt ah da geht's rein da ist die Treppe oder jetzt schauen wir schnell noch ein bisschen rum wenn man schon mal da ist dann muss man sich das anschauen oder schau da ist da kommt der Käse raus müssen wir ein bisschen rumschauen oder bis damit es wieder abstürzt ist hier schau oh schau wahnsinn toll huch was höre ich achso das ist der elektrische Zaun da schau oh schau das ist die das Ding fährt durch die Gegend und da steht die Saturn 5 Rakete drauf oder auch so ein Bagger vom Kohle Tagebau äh oh schau jetzt sehe ich das endlich mal schau endlich kann ich mal so ein Ding mal aus der Nähe hast du schon mal konntest du schon mal unter der Saturn 5 äh Rampe äh also mobilen Transportplattform äh das kriegst du hier kostenlos geboten schau schau mal noch ganz rum wow ist das Ding groß wow toll ganz toll ganz schau her wahnsinn jetzt kam es immer mal den Eindruck das ist in Wirklichkeit wirklich so groß kannst du mal kannst du mal einen Eindruck machen da steht die Rakete drauf die die Saturn 5 wo sie zum Mond geflogen sind die war da drauf wahnsinn schau her jetzt kannst du mal hast du mal einen Eindruck von der Größe da wenn du neben dem Fahrwerk stehst schau her da kannst du kannst du ein Zelten da kannst du ein Haus bauen da drin hier allein in dem in dem einen Kettenlaufwerk hier da jetzt müssen wir da rauf oder müssen wir da rauf schau her ja gut oder jetzt suchen wir aber Speicherung speichern die Speicherung speichert bisweilen ist die Ironie ganz schön ironisch gell oder deswegen müssen wir in der Speicherung speichern und da müssen wir rein und jetzt stürzt es ab hallo au kackomatik au 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 Käsefabrik eine mobile Käsefabrik mit Käse am Werk ah ah schau da müssen wir erstmal looten nee das brauchen wir nicht äh müssen wir das Ding aktivieren au 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 abstoßfeld deaktivieren wissen wir au 80 Zeitpunkt oh tun sie nichts oh nein tun sie nichts gehen sie nach Hause äh begeben sie sich sofort ins Gefängnis gehen sie nicht über los ziehen sie nicht 2000 DM ein gehen sie direkt dorthin mh und trinken sie Kaffee mh 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 ich glaube ich kriege hier gleich einen halbartigen Schreikrampf deaktivieren äh dabei wissenschaft habe ich schon 80 weiß ich gar nicht legen sie eine zahl hahaha äh kann ich äh warte au jetzt kann ich nicht mehr raus äh deaktivieren probieren wir es mal ha hallo ich habe es geschafft ich kriege gleich einen Organismus ich glaube es nicht schau her aber hallo oh 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 jetzt wissen wir da oh oh Repair Repair Station äh High Security Clarence 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 das war der Löwe von der schielende Löwe von Daktari das war der Clarence ach nee Altmetall war auch mal keins oder nee wo muss ich denn hin Kaki Kackomatik weiß keine Sau warte Moment nee da bin ich reingekommen ach ich dachte da bin ich ne da bin ich doch reingekommen ach muss ich jetzt wieder raus oder wie was ist mein Begehr die Steuerung für den Orbital Raketen Satelliten Start Stations Käse Kuchen Plattform Tortenheber aktivieren wer wagt gewinnt wer wer fragt der spinnt wer wagt gewinnt na komm das kann jetzt ist hier nix mehr drin oder wie kann man hier au 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 da ist au au kann ich das ne au da kommt gegen au jetzt kommen Gegner au ah siehste die macht aber normalerweise mein Kollege frisch oder frisch schmerz frisch auf den tisch das macht dem gar nix leider werden die punkte aber nicht mir gut geschrieben das war in dem volatier wenn dein begleiter einen kaputt gemacht hat hast du aber angst punkte gekriegt oder aber ich kann die dann lootchen das macht dem gar nix das glaubst du gar nicht schau aber es kann ich die lootchen na ist immer noch einer na komm der will aber gar nicht aufhören jetzt kommen da zu mir das wollen man gar nicht kann man gar nicht unterscheiden wer ich bin oder das bin ich der schaut genauso aus ja komm hau den weg Junge komm 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 na 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 jetzt oder der ist hartnäckig schau mal jetzt aber komm mach ihn alle instant püree da kann ich mich wieder heilen oder mit püree genau hoppla speichern mobiler stützung weil da ist was los hier der könnte aber auch irgendeine wichtige dings haben oder eine wichtige datei schlüssel oder irgendwas das hat keinen wert schau gewicht 15 wert 0 wahnsinn wert 350 na das muss ich aber nehmen und jetzt bin ich überlastet das war klar 350 wert das klappt mir keine sau was kann ich jetzt da ablegen finanz clipboard also fallen lassen großes senktes buch ink aware löschlauch schachtel sie retten na gut stange oh die hat aber viel wert teddy ach komm todesgallen glaube na gut jetzt haben wir todesgallen vorkriegsbuch das ist wertvoll hilfe oh ja hilfe ist gut na gut mal schauen zuvor nur noch sachen nehmen die nix wiegen was ist das für ein käse abstoß oh darf ich die soll ich die muss ich die was ist was passiert da au abstoßfeld aktivieren au lassen sie lassen sie die finger davon dann lassen wir dormitory das heißt schlafsaal oder oh war 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 ich muss wieder raus normal oder aber jetzt wenn wir schon mal da sind vielleicht ist da ne wackelpuppe ist keine aber aber irgendwas anders vielleicht oh oh schlaf 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 saal dormitory ist das genau die umgebung darf man nicht aus sind oi klein hoch storage repairs oh das sind wieder da ist jetzt auch da komme ich hier aber au hilfe was ist da fleisch und bohnen wobei was ist dies oh da kommt ein roboter da ist auch was schau da ist der schlafsaal kann ich da schlafen feinde ich sehe keine feinde waren oh gott da komme ich jetzt immer raus schau oh warte oh gott da kannst drei jahre raufgehen oh gott ah da kann ich pennen schau wow oh gott da könnten wir jetzt noch drei jahre rumsuchen na komm das machen wir jetzt immer oder gehen wir lieber wieder raus sonst finden wir nicht mehr raus oh warte da wo geht es denn raus da glaube ich oder da exit gehen wir lieber hoch siehst du jetzt finde ich nicht mehr raus doch da da ich muss einfach nur raus oder da oder was muss ich machen die steuerung für den orbitalraketen klar 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 kack das ist auch da wo ist denn das ach muss ich das wieder hier machen oder wie ne wo ist denn die kacke ach komm die kacke ich muss tatsächlich statt muss ich jetzt da da rauf da wo ich jetzt gerade war oder wie auweia muss ich jetzt tatsächlich doch da hin oder warte hätte ich da jetzt da durch müssen waffenkammer ne da brauchen wir nicht hin oder ich muss tatsächlich hätte ich da auch oh gott hätte ich da tatsächlich rauf müssen oder launchpad also startrampe muss ich da hin äh die steuerung für den oh warte ne jetzt soll links sein oder tatsächlich ich muss da durch oder tatsächlich oh da ach da hätte ich sowieso rauf müssen oh 2 2 wege was wieso äh adams airforce base adams airforce kacke äh toll ich kenne mich nicht mehr aus speicherung speicher warte moment da oder da oder was so adams airforce oh da sind gegner äh ne ich glaube ich muss tatsächlich da muss ich da da rein ne ich muss da die treppe rauf wahrscheinlich oder storage ah ich muss die treppe rauf oder launchpad da muss ich wahrscheinlich hin oder 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 ja oh oh äh schreiben warte mensch das ist spannend jetzt weiß ich gar nicht mehr wenn ich angefangen habe äh 1843 wahnsinn das läuft da beeindruckend lange was da hinten da sind die toiletten oder da oh ne was jetzt kommen wieder die bösen ach da war schon einer auf 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 ja ohne mein kollegen da ich ja gar nicht anfangen darf und jetzt gehen wir mal da raus oder verschlossen sie ach nee verschlossen sehr schwer kack kack lassen wir den mal arbeiten oder warte verschlossen sehr schön moment steht das in meiner lüge was sagt meine dreckslösung oh weia eure aufgabe im inneren erst mal bekommt ihr es auch mit einem ganzen mit der testa sprecht im selben raum was marschiert die treppe hinauf und durch die nächste tür verlasst den turm begeht euch zur lade rampe das ist die hier glaube ich und öffnet die tür zum mobilen lad vom ööö 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 und hackt das terminal geht durch die tür mit dem oh oh gott im loungepad äh folgt dem schild richtung loungepad und begebt euch zur nächsten ebene kämpft euch den ööö 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 warte loungepad das ist das oder auch sehr schwer auch gott hammer gespeichert und jetzt muss ich das ding auch auch schloss was aufbrechen 10 prozent ach ich hab 10 und nötig geht nicht auch das schloss wurde beschädigt sperre kaputt na gut dann können wir es auch weiter komme ich nie im leben durch oder war cdc auch dhc schwer akk kacke oh mehr doch noch so ein ding oder da gehen wir mal dahin wo geht es nicht durch wo war ja da muss ich da irgendwie rum watschen oder da ist wir haben so schicke sachen dabei und ich kann ja aber gar nicht alle komme ich dadurch da müsste ich darum kommen irgendwie wahrscheinlich vielleicht oder kann die mir nicht helfen oder so das ist wieder die verrückte wissenschaftlerin die die hysterische wissenschaftlerin gut ich drücke immer das falsche technik da kommen nicht durch da irgendwie medical bay watch kenne ich das ist auch das komische geräusch da ist wieder wo ist mein kollege war ja jetzt warte komme ich da nicht irgendwie scheiße irgendwie oder so hat der net eichhörnchen ein topf keycard mit das brauchen wir bestimmt mit hoher befugnis sie ist die brauche bestimmt die keycard die müssen wir da drin was machen nein das sieht aber schon wieder gut aus verschlossen schlüssel verschwenden verwenden au 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 das muss ich mit der tech hacken oder wie aber ich habe doch die blöde eben so eine blöde keycard ach geh ich hab doch die keycard was ist die wieder gut das ist die hysterische wissenschaftlerin mein fremd offizierswitze kommen wir da noch durch die warte gut jetzt müssen wir mal kurze pause machen was 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 musik machen die steuerung für den links da kann ich das sind hier worte aber vielleicht da also da war die richtings käse und was ist das hier für käse wenn da ist ein böser wachbott okay wobei das ist hier schicke sachen da unten ach so das ist mein kollege zu launchpad da müssen wir hin oder da ist jetzt der andere weg oder schock jetzt bitte aha genau jetzt können wir hier aufgehen also wenn wir das schloss decken können dann brauchen wir die karte und dann können wir darauf gehen oder sollen wir jetzt noch schnell unten schauen was dafür kise am werk ist aber dann stürzen wir wieder das spiel ab oder nehmen wir lieber dass wir heute noch fertig werden damit da da muss drauf oder und jetzt da geht es wieder runter oder und ich muss jetzt warte da dahin aber erst mal neuer spielstand hilfe da kommt einer weg ich würde als licht einschalten aber dann stürzt noch eher ab also lassen wir den mal schießen hier ein kollegen das spiel ist schön da ist zurück das spiel sind da viele lassen wir den mal arbeiten hier den kollegen wie spät haben wir es 18 19 da kommt so im leben natürlich ohne kollegen wie soll es denn da durch kommt so lebt durch nicht idiot ich soll mich doch verstecken schau da kommt wie soll es denn da durchkommen da wären wir das schau 20.000 gegner mit schwersten atombomben und du hast schon ein bleirohr oder scherze da glaube ich ich glaube mein hut brennt oder da sind immer noch speichern wir lieber noch mal mein kollege ja ich muss aber ab und zu hin weil sonst mein kollege die gar nicht sieht irgendwie ich hoffe mal der ist noch da aber hier noch was schickes zu holen kollege arbeitet noch rüstungs koffer ja gut man könnte sich zwar raketen und alles holen aber das ganze alles kann nicht tragen raketen werfer und das und das und das kannst du alles gar nicht tragen oder da sind immer noch gegner am werk hoch das sind schon wieder so viele bisher wissen wir es ohne kollegen schaffen stecken wow um die Vor einer ist noch da Ja, mach mal. Oh, das ist so ein Roboter. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Na komm, Kollege, mach den alle hier. Jetzt aber. Gut, jetzt komme ich ins Spiel. Die haben wir schon durchsucht, oder? Oh, ein Schlachtfeld. Ja, tut mir leid, dass ich das Licht nicht einschalten darf, aber das geht sowieso nicht weit, das Licht, oder? Na ja. Oh, wo muss ich überhaupt hin? Äh? Äh? Start? Äh? Na, ich sammle erst mal Zeug ein, oder? Oh, uh. Drennstoff. Äh, äh. Tja, tja. Entschuldigung. Man sollte nicht so viel Kaffee trinken. Energiezellen. Brennstoff, das geht schon. Nicht, dass da wieder einer eine Karte hat, oder so. Äh, äh. Boah, das ist ja Dings da. Oh, Wert 300. 300, boah, aber ich kann nix mehr mitnehmen. Äh, speichern. So, jetzt muss ich erst, oh, da ist noch ein Gegner. Jetzt muss ich erst mal ein bisschen ruhig hin muss. Äh. Da, da, da hin. Satellitenkontrollen. Oh. Äh. 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 Warte, fliege. Moment. Äh, 1843. Oh, 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 oh. Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Böse Hubschrauber. Oh, nee. Ich muss da aber dahin. Äh. Jetzt gehen wir mal lieber schnell dahin. Wo ist denn das? Okay, sieh. Au. Au, 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 au. Oh, nee. Jetzt bin ich vergriffelt. Au, 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 au. Au, au, au. Au, au, au. Au, au. Au, 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 au. Au, der Hubschrauber auch noch da, oder wie? Mensch. Mensch, Mann, meier. Oh, meier. Mal schauen. Haha. Entschuldige. Ah, ah. Jetzt muss ich mich aber erst wieder heilen. Hier oder so. Oh, Hilfe. Gutpaket. Insemperie. Schmutziges Wasser. Oh, habe ich sonst nichts mehr zum Heilen? Wie sieht mein Zustand aus? Na? Oh Gott. Äh. Mann, Mann, Mann. Ah. Altmetall. Mann. Mann. Jetzt könnte man so viel Zeug einsammeln. Oh, das kommt jetzt zum Heilen, oder? Oh, Hilfe. Jetzt heile ich mich schnell noch ein bisschen. Oh, da sind immer noch viele. Entschuldige, ich spreche lieber tausend Mal, als... Wo geht's da rauf, oder wie? Äh. Au. Da. Da. Ja, da rauf. Da sind auch noch böse. Oh. Wo geht's da rauf, oder da rein? Oh, wei. Wei, ja. Nee, muss da rein. Komm, mach mal. Au, nee. Au. Au. Au, nee. Jetzt kommen wieder ganz viel. Ach, komm. Ach, nee. Kollege. Ach, komm runter, Kollege. Au, scheiße, der steht jetzt oben. Mhm. Mhm. Ich sollte mal meine... Ding nehmen. Au, au. Fängt. Äh. Scheiße. Hm, da sind noch ein paar. Kann ich nicht irgendwo woanders hingehen? Au, 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 au. Ja, ich muss sie mir erst ein bisschen anlocken, dann schießt mein Kollege drauf. Oh, hier steht der da oben. Muss ich hier... Au, au, warten. Oh, oh. Düffel. Au, da kommt einer. Hä? Sieht das gar nicht. Jetzt ist aber Ruhe hier, oder? Oh, ist das spannend. Oh, nee. Gut, äh. Oh, da ist noch immer noch. Ah, da. Kollege, komm mal runter. Oh, nee. Muss ich hier erst wieder anlocken. Hier. Jetzt, so, genau. Die sieht man gar nicht, schau. Die sind unsichtbar. Schau mal. Au, weh. Gut, jetzt warte ich mal ein bisschen, oder? Mhm. Ich weiß bloß, wenn ich das im Geh höre, dass mein Kollege gerade arbeitet. Da ist noch einer. Nicht mehr lang, ey. Oh. Oh. Verloren. Verloren. Oh, gut. Oh, jetzt ist mein Kollege da oben gefangen. Äh. Muss ich den wieder runterschubsen? Oh, war ja. Nicht, dass da wieder einer ne Dings da hat, oder so. Hm. Äh, nee. Huch. Kollege. Kollege. Wo ist der Kollege? Oh, waja. Der, der, jetzt geh wieder runter. Komm, runter mit dir. Muss ich den wieder runterspulen? Den Kollegen. Komm. Komm, 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 komm. Sonst bleibt der da stehen. Das weiß ich. Komm, Treppe. Treppe, 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 Treppe. So runter mit dir, Kollege. Ja, hier muss man mit allen Tricks arbeiten, der bleibt sonst da stehen. So, jetzt, das müsste vielleicht reichen. Ja, siehst du, das reicht. Jetzt kommt er wieder. Da muss man mit allen Tricks arbeiten, hier. Das ist gar, äh, äh. Jetzt musst du da rein wahrscheinlich, oder? Oh, genau. Der hat die Karte. Energiezelle, Fleisch und Bohnen, das können wir nehmen. Äh, sonst nix. Da müssen wir... Satellitenkontrollturm, da muss ich einen, oder? Oh. Leise gehen, oh, das ist eine gute Idee. Ja. Liegt da was? Oh, 90 Kronkarten. Jetzt müssen wir da rein. Oh, oh, oh. Au. Oh. Geh, geh weiter. Geh rein, Junge. So. Geh rein. Geh, 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 geh. Geh, ah. Ja, jetzt, genau. Puh. Da sind wieder 10.000 Gegner, oh Gott. Au, au. Schmerz. Oh, was. Schmerz. Ich auch. Au, au, au. Verstecken. Oh, oh, oh. Denn wie sollst du denn das alleine schaffen? Das kannst du ja nicht schaffen. Hahaha. Geh raus, Junge. Raus, 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 raus. Raus, raus, raus. Hier riecht es nach Gefahr. Oh, 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 oh. Bier. Ich will doch kein Bier. Ah, erste Hilfe. Ähm, das dauert ein langes Ding hier, Wahnsinn. Äh, wo muss ich, was muss ich denn? Äh, da, da, da rüber. Oh, feier. Au. Au. Oh, oh. Oh, da sind noch welche. Hehe. Schönes Spiel. Äh, hu. Au. Muss ich denn auch da oben? Schau. Zurück. Oh. Äh. Rückzug angetreten. Au, Bayer. Oh. Muss ich. Zurückziehen und Zielspur verloren. Hier habe ich nicht. Zurück. Mann, Mann, Mann. Was ist denn das alles für Schiff? Haha. Dein Kollege. Genau, mach sie mal flott hier. Oh, wei. Ich muss wahrscheinlich da die Treppe rauf, oder? Oh, das ist bestimmt da oben. Na gut, gehen wir einfach rauf. Oh, oh. Na ja. Wo ist der Kollege? Au, au, au. Da bin ich jetzt wahrscheinlich richtig, oder? Ah. Au, ich stehe direkt dran. Äh. Oh, nee. Das da, oder? Ah. Das muss ich machen, oder? Wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Warte mal, was muss ich denn jetzt da machen? Warte, 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 warte. Schießt euch den Weg zum Satelliten-Upling-Terminal frei. Genau. Das ist das wahrscheinlich. Lasst den Satelliten auf die mobile Plattform feuern. Nutzlast abfeuern, oder? Status überprüfen. Fehler, Fehler, Fehler. Äh. Nutzlast überprüfen. Leer, 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 leer. Blablabla. Nutzlast laden. Nutzlast abfeuern. Au, au, au. Wow, warte, warte. Lasst den Satelliten auf die mobile Plattform feuern und macht euch durch die nahe Tür schleunigst aus dem Staub. Steigt dazu in den landenden Wörtebörd. Au, lasst die, äh, auf die mobile Plattform feuern. Zittert. Telebrick, Beauty, Megaton, River City, Plattform. Nutzlast abfeuern, au, wai. Ich bestätigen. Au, und jetzt muss ich, au. Und jetzt muss ich schnell, au, warte, speichern. Jetzt muss ich schnell raus. Au, keine Zeit mehr, irgendwas zu sammeln. Au, wai, wo geht's denn da raus? Au, au. In den nahegelegenen Wörtebörd. Erfüllt. An Bord. Das eingefangene Wör... Oh. Wo ist einer? Ah, ah. Ich glaube, ich kriege gleich einen Organismus. Hilfe. Jetzt müssen wir da reingehen. Aktivieren Wörtebörd. Ah, ah. Und das war's wohl. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Schau, schick. Scheibenkleister. Äh. Aufgabe erfüllt. Wow, schau mal, das ist Star Wars. Kriegt der Sternen... Aha. Lieber speichern. Und jetzt? Hm? Wo müssen wir jetzt hin? Oh Gott. Aufgaben an Bord. Das eingefangene Wörterbörd zu gehen. Hm? Ich hab' doch, das war ich schon. Oh nee. Und jetzt? Hm? Was macht der? Noch mal rein? Oder wie? Oh, das Spiel macht mich fertig. Aha. Wo ist mein Kollege? Keine Sorge wegen der restlichen Streitkräfte, der in Klaten. Wir kümmern uns dann. Aha. Oh weia. Ach, das bin ich. Krieg der Sterne, oder? Ganz schick, ganz schick. Hoffentlich ist mein Kollege jetzt noch mit von der Partie. Huch. Da, da ist er. Oh, ich krieg die Krise. Oh. Ja, ja, ja. Im Kampf um Projekt Purity haben sie sich bewährt. Aha. An diesem Tag verflogen alle Zweifel, die ich in Bezug auf sie gehegt hatte. Jetzt, da die in Klave im Trümmern liegt und dies alles nur ihnen zu verdanken ist, fehlen mir fast die Worte. Ich bin stolz darauf, sie einen von uns nennen zu können. Und verspreche, dass ihre heutigen Taten in die Geschichte einkommen. Ja, das hoffe ich. Im Namen der stählernden Bruderschaft und der freien Bewohner dieses Ödlands danke ich ihnen von ganzem Herzen. Na, der ein schick im Bademann-Land. Au, 1900. Ne, 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 ne. Hm. Tolle Sache. Willkommen auf Level 18. Äh. Äh. Falschen, warum nicht, große Waffe, werde gewonnen, Sprengstoff. Die, natürlich habe ich schon 100. Na, Kampf 100. Reparieren, Wissenschaft, keine Waffe. Schei. Oh. Was sehen wir denn? Machen wir mal Medizin auf 40. Äh. Na, Kampf 100. Wow. Äh. Was ist denn wichtig? Wissenschaft. Computer-Tunnels. Oh, weh, weh, weh. Milzin. Aha. Stim-Packs habe ich ganz viele. Reparieren. Reparieren. Warten wir mal Wissenschaft. Schleichen wir haben eine Sprache. Hm. Waffenlos. Ja, gut. Jetzt haben wir noch neun Punkte. Wissenschaft. Computer-Tunnels. Oh. Sprengstoff irgendwie. Machen wir mal reparieren. 90 und den Rest noch bei Wissenschaft rein. Oder? Na gut. Naja. Lass das mal so. Äh. Warte. Äh. Intensives Training. Da können wir noch einmal, oder? Können Sie ihn? Genau das machen wir jetzt, oder? Äh. Pink. Stärke. Wie tragen sie keinen. Nahtkampfangriffe. Wahrnehmung. Döööööö. Ausdauer. Äh. Ach. Intelligenz. Mit Mitteln. Wirklich. Na gut, nehmen wir das mal. Ist doch auch scheißegal. Glück. Steigen auch alle ihre Fertigkeitswerte an? Na gut, nehmen wir das, oder? Speichern. Na gut, müssen wir eh wieder. Und jetzt? Ah, siehste, ist eh abgestürzt. Siehste, perfekt. Gespeichert habe ich gerade, oder? Gut, na gut, aber müssen wir eh wieder langsam Pause machen. Na siehste, ich glaube, damit ist dieser Teil, dieser DLC 105 ist, glaube ich, damit zu Ende. Hat mich sehr gefreut fürs Zuschauen und danke, also fürs Zuschauen und empfehle mich ruhig weiter bei Facebook und so weiter und schaue gerne beim nächsten Mal rein, wenn wir die anderen DLCs jetzt noch angehen. Okay, also tschüss, jetzt warte ich, hoffentlich kann ich das Video beenden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ne, kann ich nicht beenden. Also, jetzt kann ich das Video beenden. Also, herzlichen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich hat es gefallen und dann empfehle mich ruhig weiter und schaue auch gerne beim nächsten Video rein. Bis gleich, tschüss.